A wie Aluminium, B wie Blech, S wie Stahl. Wir stellen euch heute einen Betrieb aus Storco vor, der aus Aluminium, Blech und Stahl viele verschiedene Dinge herstellt. Die ABS GmbH Storco unterstützt die Jugend nicht nur beim Sport in ihrer Freizeit, sondern auch wenn es um den Beruf geht. Das heißt, sie bilden aus. Mechaniker, Mechatroniker, auch im kaufmännischen Bereich. In diesem Unternehmen dreht sich natürlich alles ums Metall. Eng tolerierte Schweiß- und Lötkonstruktionen aus Aluminium, Edelstahl, Stahl und Kupfer. Also Metallbau mit höchster Präzision und hochwertiger Qualität. Und das ist auch nötig, denn die meisten Aufträge kommen aus dem Schienenfahrzeugbau. ABS Storco liefert zum Beispiel in die ganze Welt Baugruppen für Hochgeschwindigkeitszüge. Der Maschinenpark von ABS Storco ist beeindruckend. Die teuersten sind CNC-gesteuerte Maschinen, also computergesteuerte. Sie müssen programmiert, mit entsprechenden Tools ausgerüstet und gewartet werden. Doch vieles produzieren die Fachkräfte noch immer per Hand. Und das ist doch gut so. Der Mensch ist im Produktionsprozess auch bei ABS Storco immer noch das Wichtigste. Das ist doch gut.